Julian Bischer, wie kommt es, dass wir dich hier im Up-Adress sehen? Die Bindung zu Kreuz Münster war ja immer groß gewesen für mich und jetzt bin ich gerade für zwei Wochen hier und dann lasse ich mir so ein Hallen-Turnier natürlich nicht nehmen. Ihr seid offensichtlich relativ locker mit 3-0 gestartet oder täuscht der Eindruck? Die Mannschaft hat so ja noch nie zusammengespielt. Wir haben ja auch Diego noch aus Amerika dazugekommen und wir waren doch vorher nie in der Halle. Es hat gut funktioniert und wir wollen einfach Spaß haben und dann gucken, was hier passiert auf dem Turnier. Okay, danke. Perfekt, Spaß haben.